Hi Freunde, willkommen zu meinem ersten Fazit-Video zu The Masked Singer. Ja, ich werde jetzt jede Woche zumindest versuchen, ein Fazit-Video zu drehen. Es ist abhängig von meiner Zeit, weil ich jetzt ja im Vergleich zum letzten Mal berufstätig bin und von meiner Gesundheit, vielleicht hört ihr es, ich bin leider erkältet. Und deswegen, ja, es haben sich wieder neue Kostüme gefunden. Es wurde eine komplett neue Staffel von The Masked Singer produziert. In der Zeit kamen in den USA, glaube ich, drei neue Staffeln raus. Also in den USA geht das mega ab, das Thema. Und es kommt ja auch jetzt in andere Länder, aber ich bin froh, dass das in Deutschland wieder kommt. Und deswegen möchte ich gar nicht euch zu lange auf die Folter spannen, sondern das erste Duell präsentieren. Roboter gegen Wuschel. Kommen wir zuerst mal zu den Indizien zum Roboter. Sie spricht von einem Programmierfehler. Das ist ein Punkt, wo ich darauf schließen könnte, dass es sich vielleicht um eine körperliche Behinderung handelt. Das heißt, dass der Roboter nicht funktioniert wie alle anderen und der Mensch auch nicht, dadurch, dass eine körperliche Behinderung vorhanden ist. Sehschwäche, Hörschwäche, wer weiß. Nach der Frage von Ray nach dem Auftritt kam ja auch raus, dass es sich hierbei um eine Person handelt, die eine klassische Gesangsausbildung genossen hat. Der Auftritt selbst war ein kleines bisschen seltsam. Es ist am Anfang ja nichts passiert und dann wurde dann doch gesungen, aber im klassischen Opernstil. Teilweise wurde dann auch kurz mal normal musikalisch gesungen und dann wieder mit dem Opernstil weiterzumachen. Ich muss sagen, ich kann das gar nicht einschätzen. Oper ist leider auch gar nicht mein Ding und dadurch, dass ich das selber nie höre, kann ich nicht mal sagen, ob das gut oder schlecht war. Das könnt ihr dann gerne unten in den Kommentaren entscheiden. Der Wuschel hat in seinen Indizien preisgegeben, dass er viel mit den 80ern und 90ern zu tun hatte. Vielleicht ist diese Person einfach ein bisschen älter als ich. Ich bin ja ein 90er Kind. Vielleicht ist diese Person so 10 Jahre älter als ich. Das heißt so Ende 30, Mitte 30. Der Auftritt war aber überraschend gut. Man hat eine leichte Unsicherheit. Vielleicht ist das auf dem ersten Mal auf der Bühne als Sänger, vor allem als maskierter Sänger geschuldet. Das fand ich aber an sich nicht schlimm. Und der Song wird dieses I think you're crazy. Ich bin leider auch heißer. Aber so dass ihr den Song jetzt gehört habt, ich werde wahrscheinlich die Audioeinschnitte nicht einblenden. Die sind alle in der Videobeschreibung. Schaut sie euch gerne an. Die Gesangsstimme ist sehr soulig, aber ich finde sie passt leider nicht so ganz zum Song. Und was die Rate, also die Guesses von der Jury angeht, ich finde Teddy, Nachname gerade bitte hier einfügen, gar nicht so unrealistisch. Mein Favorit in diesem Duell war der Buschel. Und der hat es ja auch jetzt gemacht. Das zweite Duell war Kakerlake gegen Hase. Und kommen wir jetzt mal zu den Indizien zur Kakerlake. Es wird hier sehr viel auf Hip-Hop gezielt. Sehr viel Bling-Bling, junge Generation. Es werden Anglizismen benutzt. Hashtag Roaston. Also man sollte meinen, dass diese Person so sich in meiner Generation vielleicht ein bisschen älter oder jünger bewegt. Der Song war Gangsters Paradise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Kakerlake, der Rap-Part deutlich besser lag als der Gesangspart. Am Anfang wurden die Töne noch getroffen, aber zum Ende hin wurden die melodischen Parts leider eher schief. Aber vielleicht war das auch das, was ich nur gehört habe. Ich finde, es fehlt einfach auch ein bisschen Volumen in der Stimme. Aber das macht es für mich nicht leichter, die Person unter der Maske einzuschätzen. Ich kann überhaupt nicht sagen, was das sein könnte. Aber wieder hat die Jury was in den Raum geworfen, was ich nicht verstehe. Jamie Oliver? Kann der überhaupt ein Wort Deutsch? Beim Hasen haben mir die Hinweise leider überhaupt nicht geholfen. Anhand der Performance erkennt man sofort, es handelt sich hier auf keinen Fall um eine professionelle Sängerin. Und der I have never dreamed a night like this ist jetzt auch nicht der Song, mit dem man stimmlich zeigen kann, was man so drauf hat. Es wirkt dadurch einfach eher verspielt und kindlich und als ob die Bühnenerfahrung, zumindest beim Singen, fehlt. Ich fand tatsächlich das Duell allgemein nicht so berauschend, hätte aber meine Stimme eher der Kakerlake gegeben und dir das Duell ja auch gewonnen. Dann das dritte Duell, Faultier gegen Dalmatina. Die Clues beim Faultier sind mir ehrlich gesagt nur nicht so richtig hilfreich. Man kann versuchen von der Optik, also vom Hawaii-Hemd-Aufpässerung zu schließen, aber das wäre doch, glaube ich, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Man hört bei der Performance von der Stimme her, dass es sich um eine sehr, sehr soulige, basslastige Stimme handelt. Das finde ich an sich auch super, das ist ein bisschen was anderes. Aber leider hat es mich gar nicht gecatcht. Und ich muss sagen, vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen alleine. Diese Einblender die ganze Zeit mit Schlafen und Umfallen und immer wieder aufgeweckt werden, die waren am Anfang kurz lustig und dann gingen sie mir während der Performance irgendwann halt echt auf den Sack. Beim Dalmatina war es so, dass es eine Diva ist, eine gestandene Persönlichkeit. Jemand, der weiß, was er will. Erinnert mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an Cruella de Vil aus 101 Dalmatina. Ich habe auf meinem Akeban-Kanal ja ein Video lustigerweise gemacht, wo Cruella de Vil da vorkam. Und die Performance war okay. Also wirklich okay. Aber stimmlich war mir nicht klar, wie gut das jetzt war, ob es bei anderen Songs besser wird oder nicht. Mein Favorit war ja auch der Dalmatina und das Publikum hat sich für das Faultier entschieden. Der Dalmatina ist am Ende ja auch rausgeflogen, dazu komme ich gleich. Das vierte Duell war Fledermaus gegen Göttin. Bei den Indizien wirkt es wieder so wie jemand, der nicht ernst genommen wird. Das schließt ja so ein bisschen wieder auf Leute von Germany's Next Topmodel, was ja auch ein Guess war. Franziska Knuppe oder so. Habe ich noch nie gehört, aber ich gucke ja auch nicht Germany's Next Topmodel. Und zur Performance, Bad Guy. Das muss ich jetzt nicht vorsingen, das kennt ihr ja alle wahrscheinlich. Und ich muss sagen, ich habe, da bin ich jetzt leider einfach wirklich blutehrlich. Ich habe noch nie eine so schlechte Version von Bad Guy gehört. Ich würde einfach schließen auf Basis der, naja, der Performance, dass die Person darunter wirklich gar nicht singen kann. Also es wurde fast kein Ton getroffen, was einfach sehr, sehr schade war. Zusätzlich dazu hat die Person noch keine Erfahrung mit Atemtechniken. Ihr ist immer wieder beim Singen die Luft ausgegangen. Was daran merkt, dass die abgehackten Parts von Billie Eilish, die ja sowieso schon sehr... Wo man halt einfach gut atmen muss oder beziehungsweise weiß, wann man wie einatmet, dass der Fledermaus die Luft weggeblieben ist. Und das hat man leider sehr stark gehört. Die Göttin hat in den Hinweisen Liebe und ich glaube, also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber ich glaube, ich habe es jetzt kein zweites Mal gesehen, dass zwei sich küssende Frauen, glaube ich, im Einspieler gezeigt wurden. Zur Performance ist es ehrlich gesagt für mich ganz schwierig, da ein Urteil zu fällen. Es war an sich nicht schlecht. Das Problem war, es war so viel Hall, dass ich vom Text quasi nichts verstanden habe. Es war so ein einheitliches Wabern und ich kann nicht mal wirklich beurteilen, ob die Göttin singen kann oder nicht, weil einfach alles so vor sich hin geschwebt hat. Das war wahrscheinlich auch Absicht, aber ich fand es eher schwierig, weil man kann es gesanglich nicht einschätzen. Mein Favorit war die Göttin und der Publikums Favorit auch. Dann kam Chamäleon gegen Drache als letztes Duell. In den Edizien wird auf unterschiedliche Gesichter und Disziplin eingegangen. Und bei der Performance, naja, ich muss zugeben, ich habe ja schon die Werbung zu The Masked Singer immer wieder auf ProSieben gesehen. Und ich habe ehrlich gesagt, also halte mich für böse, aber ich habe mehr Talent erwartet vom Chamäleon. Das Chamäleon kann sich zwar wunderbar bewegen zu dem, was so musikalisch gespielt wird, aber überhaupt nicht singen, also wirklich gar nicht. Teilweise war es nicht mal im Tempo, entweder zu schnell oder zu langsam. Und ProSieben hat es richtig gemacht. Die Berg-Vocals im Hintergrund waren am Ende lauter als das Chamäleon. War vielleicht noch besser so, weil das wirklich nur noch schiefe Töne war. Die Hinweise zum Drachen sind meiner Meinung nach sehr, naja, aussagelos, finde ich. Latein und Burgen, das hilft ehrlich gesagt nicht wirklich weiter. Die Performance war meiner Meinung nach die beste der ganzen Folge. Es gab viele Aufschreie, aber die haben ja auch irgendwie zur Performance gepasst und zum Drachen auf diesem Podest und er ist mächtig und es hat alles sich wunderbar ergänzt. Mein Favorit war mit weitem Abstand der Drache und das war auch die Meinung vom Publikum. Kommen wir zur Entscheidung. Der Dalmatiner ist raus. Hätte ich ehrlich gesagt, aber nicht erwartet. Ich hätte echt gedacht, dass Chameleon ist raus, weil das Chameleon und der Dalmatiner waren zum Schluss wirklich am Schluss, so die letzten zwei auf der Bühne. Und das Chameleon war von der Leistung her deutlich schlechter als der Dalmatiner. Und der Dalmatiner war Stefanie Heinzmann. Die kannte ich ehrlich gesagt sogar. Die hat mal bei Stefan Raab diese eine Show, Deutschland sucht den Superstar, der singen kann. Ne, Stefan sucht den Superstar, der singen kann und SSDSDSS bla 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 bla. War eigentlich ganz witzig und ich habe von ihr sogar einen Zorn auf dem Rechner. Das war ein Metallica-Cover mit Leanne Forgiven. Das war eigentlich ganz cool, aber da muss ich sagen, als Dalmatiner fand ich ihre Leistung schwächer, als ich es gewohnt war. Generell muss ich sagen, dass es gesanglich doch ein gutes Stück schlechter ist als letztes Jahr. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich natürlich immer den Fokus ein bisschen auf Gesang lege und dass dieses mal einfach nicht so funktioniert hat, wie ich es schön gefunden hätte. Aber dafür seid jetzt auch ihr da. Schreibt mir unten eure Meinung hin. Wie fandet ihr The Masked Singer die erste Folge? Ich versuche das jetzt wöchentlich abzudaten, sofern ich Zeit dazu habe. Ihr könnt mich übrigens gerne auch noch abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Würde mich sehr, sehr freuen. Also macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.